Das lädt. Perfekt. Du musst jetzt gar nicht so deppen. Dein Verdienst. Ja, komm. Ja, auf jeden Fall. Ohne dich wird's jetzt nicht laden. Dein Verdienst. Gehen Sie zum Mercy Hospital, um ausgeflogen zu werden. Die U-Bahn geht direkt zum Mercy Krankenhaus. Dort. Gute Idee. Gehen Sie. Gehen Sie. Die Schlecht wird's. Denkst du. Pfeifen. Denkst du. Gehen Sie. Oh. das ist wieder auf deutsch komischerweise sagte ich bereits schercher okay oops oh schercher 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 Der war schön. Oh. Boah. Oh ja. Kurzer. und es ist noch eine medizin 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 oh shit und es ist noch eine medizin und es ist noch eine medizin also wenn du schnell die treppe runter rennt, hier ist ja eher genau das war jetzt sehr kurz ein bisschen da haben wir einen mitspieler nimm das verbannszeug louis so cool Oh, ja. Baby. Mit der großen Linie nach Norden kommen wir nach Mercy. Hier liegt ne Waffe! Halt einfach die Stimme von Dr.Haus, ne? Ich nehm Molly. Waffen! Oh, da ist die Witch. Ja und du hast sie wieder angeleuchtet mit deinem Licht. Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ne, ich war's. Stopp. Das war's noch nicht für dich. Steh auf, wir müssen weiter. Würde ich mal unauffällig heilen. Ja. Oh ne. Nein! Aua, ach ja jetzt kommt noch ein Hunter. Ich doch nicht. Du hast was gut. Die Deckung. Ja, meine hat die Stimme von Dr.Haus. Das war jetzt hier wohl niemand weiß. Hier. Hier drin ist Molly. Und noch ne Granate. Wupsi! Wupsi! Ja. 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 Ja! Ja! Ja, das war's. Ja. 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 Ja, ja. Nein, ich hänge an der Zunge. Nein, ich hänge an der Zunge. Nein, ich hänge an der Zunge, ich hänge an der Zunge. Oh Mann! Die Sache geht jetzt echt den Bach runter! Ah, ist er tot! Oh nein! Tut mir leid, Marvin. Ah, ist nicht so schlimm. Heute ist es nicht so schlimm. Ah, toll! Oh nein! Oh nein! Geht euch! Achtung! Also wenn du möchtest, kannst du wieder mitspielen, Marvin. Ja. Danke. Oh, das wäre ein Charger. Upsi. Ja, okay. Wem sagst du da? Oh, du bist so ein Trottel. Kommt, ist einfach runtergefallen. Da sitzt die Witch auf der Straße. Mir ist ganz ehlend. Im Leihhaus sind wir sicher. Im Schutzraum. Das ist wirklich nicht gut, Jungs. Nein! Oh, Mäuschen. Oh ne, im Schutzraum ich's machen. Wollen wir mal testen, wie nah ich an die Witch reinkomme, ohne dass sie aufwacht. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Was hast du sowas vielleicht vorher? Ja. Lade nach! Wenn's dich nochmal so erwischt, dann war's das. Viel länger, halte ihn verdammt. Ich bin ziemlich verletzt. Die hier brauche ich! Prüssraum! Komma! Oh, dein scheiß Ernst! Uiuiui